Hallo Leute und Willkommen zu dem nächsten Part Battlefields Let's play Battlefield 2 Diesmal aus meiner Sicht Und da ist auch schon der Winneby Hallo! Guten Tag! Wie geht das dir? Ich hatte da unten irgendjemand beim Zug gesehen aber der kommt irgendwie nicht Nein, ich glaube nicht Muss mal kurz die Steuerung checken Oh Auf dem Dach hinter dir sind welche Ich merk's Haha, das wär lustig Oh mein Gott, war der Scheiß von mir Äh, naja Schade geht nicht, ich wollte ihn bekackt in diesem Spiel Ihr werdet sehen Und das interessiert mich ein Scheiß Du bist beschissen in jedem Spiel Nein Boah, die ist Ah, man muss sich ja hinlegen Ja, ich spiel zu viel Ach, du bist so inkompetent Ja, ich spiel zu viel Battlefield 4 Ich spiel zu viel Battlefield 4 Leute, wo war der denn? Wo ist der Scheiß Sniper? Ja Ich glaub ein paar Minuten Beide Mach da, hab du dich hören Was ist denn hier oben am oben? Ich kann mal gucken Oh ja, da sind welche Oh Ich hab Schaden Oh 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 Alles wieder da Oh, ne Oh Oh Es darf nicht wahr sein Das Dilemma geht von vorne los Hast du meine letzte Folge geguckt? Ah Ah Wichtig Ähm Ja, also das war so Ich hab ähm Ja, ja, ich bin hier da die ganze Zeit am Runtersnacken Oh, hinter mir Ähm Das war so Der hat war irgendwie Die Amis, ich war ja auch Mech und dann hatten irgendwie die Amis alle drei Kommandoposten Und Ähm Der war bei uns am Kommandoposten, am Hauptkommandoposten auf irgendeinem Dach, so Und ich wollte die ganze Zeit hoch und der hat mich die ganze Zeit genervt, der als Sniper mich getötet hat Und ich Ja, ich hatte leichte Legs Ähm Und äh, dann hat er halt dieses Hoch- und, ja, so eine Art Bunnyhoppen gemacht, ne Na Na, komm schon, komm, steh auf Na, 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 war ein anderer Ähm Nein Und dann bin ich tot Ja Lebst du noch, oder? Ja, ja, ich leb noch Ähm Und dann Das war von hinten, ich glaub von Hotel Ich wusste Nein, das bin ich kein Ich auch nicht Ja, vom Hotel warte ich nimmer immer, ist gleich perfekt wieder Ja, so Ja, jedenfalls Achso, ne, das ist eine Nuss aufm Hotel Äh, jedenfalls, äh, hat er mich die ganze Zeit genervt und aufgeregt Ja, ich hab den Typen auch wieder umgebracht Ähm, ja, der hat mich halt die ganze Zeit umgebracht, aufgeregt und ich hab mich mega da drüber geärgert Ja, ich such grad und die geht noch Ja, die sind, der einer von denen ist immer noch auf dem Dach Ja, die sind, der einer von denen ist immer noch auf dem Dach Ich hab leichte Lags Wegen Fraps Und dann hab ich, hab ich mich immer so übertrieben gefragt, als ich den endlich mal tot hat und jetzt mal vor dem Dach runter waren Weil, das war schon, das war schon krass Arbeit, die da irgendwie runtergekriegen Ich glaub ich den nicht getroffen, ich war genau drauf Das Spiel lügt Tja, und so kommt es, dass ich mich grad mega freue, dass Kron wieder dabei ist Äh, ne Ich weiß gar nicht, ob das Video auch Ich weiß hier noch nicht mal, ob der Deutscher ist Was ist Deutscher? Oder was ist Tonne Deutscher? Meine Güte, das ist nicht mein Tag heute Ich steh nämlich 3-6 Das ist viel zu schlecht Es wird Zeit für ein bisschen Sniper-Action Ah, waaah Wo ist er? Das ist so ein Scope hier Hat ihn? Also der Sniper ist tot? Ja, da oben ist noch einer Ähm, eine Etage drunter ist auch noch einer Ja, den hab ich nicht getroffen Ich bin von rechts geschossen LOL, und einer kam direkt um die Ecke gehüpft Ja, genau, der hab mich nicht getroffen Das war The Rapture Immer wieder Ja, den Namen kenn ich auch schon seit längerem Ja, den Namen kenn ich auch schon seit längerem Ey, du Schnecke, komm schau Äh, ich würd mal sagen, wir gehen mal in das Haus hier rein Oder ich geh jedenfalls hier rein Denn da hab ich gleich den Sniper auf dem anderen Dach Auf dem einen Ja, ich bin erwischt worden Der ist auch irgendwie, glaub ich, dritter Alter Woher weiß ihr denn, dass wir da drin sind? Weiß es nicht Warte, ich nimm mal eben eine andere Klasse Schau, du klein gesuchtes Kind Haben wir heute wieder einen neuen Feind? Oh, ja, der ist ja hinter mir, ey Boah, ne, äh Ich bin einfach so kackig Ich spiel das viel zu selten Und deswegen hab ich jetzt wieder voll Probleme Irgendwelche anderen Waffen erst zu wählen Das ist richtig schrecklich So weiß er Boah, ich hab voll Paras Ich dreh mich die ganze Zeit um Oh, verdammte Scheiße Kron, Alter Ich stand auf dem Dach Ich hatte den Gratum gesehen Verdammte Scheiße noch Weißt du denn jetzt mal? Hey, der ist So, dann spielen wir die mal auf Ich glaub ich Die sind glaub ich wieder so nach Nach Minimaps sind die Wieder auf ihrem altbekannten Dach Oder auf dem Kran Ich hab den Auro Sascha jetzt schon Drei Mal hintereinander getötet Der wird sich voll freuen Da drüben sind die drei Oh, der ist ja nicht gleich Bis es gerade ne Vierers blieb Die mich nicht verzählt haben Ganz voll gut kämpfen Der ist ja wieder Der Schuss wäre unnötig Hey du Störb Drecksack Seidig Was denn? Bleiben sie bitte stehen Was denn? Wo vorne? Dieser sch... Elende Spacko Einfach zu inkompetent grad irgendetwas zu treffen Alter, wo wollte ich denn jetzt besitzen? Ach ich wusste es Hier sind wir denn im Haus Äh auf dem Haus Aber weißt du Mehr Etagenhaus Weißt du was ich damit meine? Boah Schade dass ich nicht aufnehme Alter das war ein kill Mit ner AK von hier oben auf das Dach gegenüber Auf das Dach gegenüber Egal Weißt du das Dach wo da grad einer die Leiter rauf klettert Das nennen wir immer ähm Mehr Etagenhaus Mh Ist klar Und das hier ist das Bauhaus Jo Muss ich ja noch ein bisschen Ah! Fuck Neun war der falsch für immer Ja Hätt ich mal lieber benutzen müssen Ach ja Jetzt muss ich ja gucken ob da oben immer noch welche drauf sind Boah ey Wieso sind sie denn jetzt wieder da drin? Das kann doch nicht sein Das habe ich doch eben frei gemacht Was? Wo? Ja die sind wieder im Bauhaus drin Welche Pause? Bauch 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 Du Depp Ja da bin ich gerade lang gegangen Und die etage unter dir wo man müssen und er war es alter der genau mit der Schottkern in die Fresse geschossen ja das ist auf jeden Fall totally killed ja und die Etage wo man nur von außen kommt da gibt es eine ein Teil wo man nur von außen kommt da sind die genau drin wo kommt es ab jetzt ja ich weiß ich weiß an wo ist der der muss doch hier auch irgendwo in der Nähe sein guck mal wo ist Bauhaus da ist Bauhaus da liegen sie alle drin ok ja 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 ich komm von hinten hier klein Kinderchen oh ich mach mit oder ich rush mal die Treppe hoch da kommt jetzt einer die Treppe hoch also die Etage hier wo die drin waren die ist jetzt frei alles klar ich geh mal aufs Dach ja da müsste jetzt keiner sein ne Dach ist frei ja gut dann ja die Uhr wieder dann ist angezeigt ich lauf mal hier außen rum siehst du meinen Namen ich lauf rechts aus rum in Richtung roter Waggon ja das ist ehrlich ja im Bauhaus ist nun wieder was das im Fall gezeichnet war hier sind glaube ich mehrere Gegner lass mal da vorne rushen ja ich kann sein dem Spiel in der normalen Klasse nicht vergessen was das ist ne es geht es kann doch mal welche Klasse du hast Kacke kommst da Flagge ja 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 sowas muss man auch ansagen ja ja sowas muss man auch ansagen sind da ja kein Problem ich spawn jetzt direkt bei dir ich lauf immer anders ich lauf immer anders rum ich lauf immer anders rum das ist jetzt Tonnen von Gegner ja 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 schön komprimiert snickst die alle weg da ist der Sniper ja muss man wissen wo man lang laufen muss ja Karte liegt hier unten jetzt eine ja ich schätz mit diesem Haus ja ne da vorne läuft er wegen gar nicht mehr ja Alter der stand auf einmal in meine Richtung let's go ich hab mich grad leicht verstört so ich geh in das kleine Haus ich hab gehört wir campen da beide drin rum ich hab gehört nicht ok campen da drin rum Sniper am weißen Wagen ich kann nicht drei Seiten decken in dem Haus weißt du Sniper am weißen Wagen ja sehr schön Gute Frage ich würd erst mal sagen gucken dass hier kein Gegner erstmal so grob rumläuft ich glaub da hinten sterben irgendwie welche und da hinten ist irgendwie oh da hinten sind sie drauf der Server ist aber ordentlich rot der Server ist aber ordentlich rot ist nicht ist auf jeden Fall nicht leer ja schön schön dann gehen wir mal zum nächsten ich glaub ich hab jetzt ein Auto ja glaub ich auch ja nein jemand anderes ist eingestiegen zuerst egal jetzt steh ich aus ja was für ein Idiot warum steckt denn da lol Flo? ja ok irgendwie hat mein Spiel sich minimiert ich lebe noch was sind das denn für inkompetente Leute da ja sind einfach nicht da hingelaufen zum Glück ich verfolge hier grad so ein gegnerisches Auto die machen Schmerzen was zum Fick man was gibt bei dieser what the fuck wie viele waren da ähm oben der Kommandoposten Mister was machst du hier? ich flog grad ne Granation what the fuck Wieso wurde ich grade durch den Hausrand abgespielt? lol was soll die Scheiße denn? wo kommt der her? mein Spiel hat sich schon wieder minimiert was ist los? wieso krieg ich ne Waffe ohne Munition? Mann weil du in irgendeinem Kit gespawnt wirst wenn du wiederbelebt wirst dann kriegst du irgendein Kit was umliegend ist ja sterb einfach die ganze Zeit ja dank jetzt hab ich Munition ohne Scheiß ich kann gar nicht zielen ich bin einfach tot skrr huf das ist doch nicht wahr jetzt spawte ich bei dir und fliege in die Luft du bist ja echt noch kurz vorher gespawnt ja genau ich hab nur ich hab nur das Auto gesehen und dann ist es explodiert ich bin davor viermal gestorben und immer wiederbelebt worden das hat mich ziemlich abgefuckt huf immortals ein eins hol Huhuhuhu! Uh, das war knapp. Ich wollte grad wieder von irgendeiner Ecke weggehauen, ich weiß nicht. Ja, Kron, ey, was los hier?! Fuck, fuck, da war noch jemand anders. Jesus! Yes! Er entspawnt und ist tot. Die ganze Zeit. Flo, du solltest mal dringend Kills machen. Ja, ich weiß. Ich blinze gerade mit. Ach, Tirol muss hev! Ach, Tirol muss hev! Ach, Tirol muss hev! Ah, ab übrigens... Das frag ich jetzt nicht, das passt nicht hier rein. Ich habe dich gespürt. Ich habe dich gespürt. Ich habe dich gespürt. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich bin nur gestorben. Da haben wir die Ecke runtergebrotzt. Da fällt mir einer zum Thema nichts gesehen. Da habe ich den Gedanken gegangen. Der ist... Warte, ich wurde hier irgendwo abgeschossen. Da hinten läuft er. Ja, ich bin es. Nein, den Gedankengang ist auch lustig. Ich habe gesagt, von nichts gesehen, kam ich zu einer Flash. Das sind drei Leute. Ja, ich bin sowieso tot. Und direkt zu CSS oder CSGO. Und da fällt mir auch noch ein, ich muss mit Alex noch aufnehmen. Super, ich brauche mit dir. Da ist ein bisschen Skill da rein. Besser nicht. Nein, ich habe nur Kill Damages. Wieso konnte ich gerade einfach... Ja, nein, nein. Nein, nein. Nee, nein. Nee, nein. Nee, nein. Nooo, ist das Team schlecht. Achja Leute, jetzt mach ich auch direkt mal ne Ankündigung Das kommt ja sogar morgen raus Das Video Morgen Hier haben wir jetzt so einen super tollen Plan erstellt Ähm, ich hab hier eben Gold Simulator gekauft Und ich werde es jetzt runterladen Und dann müssen wir es unterstützen Wieso? Hier Digga Ahja, also schon Hey, morgen ist Samstag du Sepp Ja, morgen ist Freitag Hä? Morgen ist Freitag Ja, aber für die Zuschauer nicht Also, wenn das wie dir das... Ja, für uns ist... LOL Für uns ist heute Donnerstag, es kommt morgen raus Also Freitag und Samstag will ich gucken Dass ich dann noch Gold zum Laut heraus bringe Ich muss nur schauen, wie das klappt da Weil ich morgen Abend noch Bandprobe habe und es Klimat ist zuerst Ansonsten machst du Donnerstag Dann kommt Donnerstag... Äh, Donnerstag ist eigentlich schon... Sonntag Dann kommt Sonntag Irgendwatt nur dieses Wochenende Neverwinter und... Und Gold Simulator Alter Dieses... ich hab ihn... Die ist rumgehopsel So nervig Ich freu mich ernsthaft auf das Spiel Weil ich... Ist ausgestiegen Ja... Ja... Ich hab ein Auto Ok... Gut, dass der Wecker kann sein Kuh mich mal ab Achso, die Schuhe neben dem Hohner Kuh mich ab Achso... Sorry Ja Da sollst du mich lang fahren Das funktioniert nicht Ich komme Ich komme Oh, da bist du Ja, ich... Steck doch rein! Ja, geht nicht! Hör auf bitte! Steck doch rein! Ja, wie? Ja, hast du... So, noch ne Ehrenrunde Einfach weil ich's kann Und dann... Wir werden von unten Was hab ich beschossen? Ab die Post Einfach mal... Aufmarsch und kein... Da lief einer Das war eine schlaue Idee Nicht aus diesem Fahrzeug auszusteigen Muss ich ja... Echt schon sagen Weil ich nicht gedacht hätte Dass das so viel Schaden macht Der Typ der da oben liegt Und jetzt... Anlei penetriert der Wut der fü- Wie kommt? Komm bitte! Schrecktes Jahrhunderts! Schrecktes Jahrhunderts! Wut? Boah, Alter! Schade, aber wir haben den Kommando passen. Schon wieder mit. Wut? Oh, ich wollte wieder überlegt. Dankeschön. Ich schieß grad einfach irgendwo hin, weil ich keine Ahnung... Wut? Wieso musst du den hier nicht nachladen? Äh... Da ist einer, der benutzt C4. Mag gar nicht. Alter! Und ich sah... Da hab ich halt nur weggefunden. Ich hab den blöden Wechsel noch bekommen. Wie weit du weggeflogen bist. Na? Da kommst du her, Geld! Ist genau so schlimm wie diese... Ja, genau! Wie diese Granaten mit dem Spiel, die einen wegwerfen. Äh... War das G-Mod? Ja, ich mein, es war G-Mod. Von den Taurus-Sounds. Ah, ich bin geschossen. Ich weiß aber nicht von wo. Irgendwo von da. Ich seh nichts. Oh! Was los? Ich glaub da drüben im Bunker ist der Sniper. Wenn ich mich nicht verguckt hab. Oder der schon tot ist. Wahrscheinlich. Also ich mein, ich hätte da was gesehen. Ja. Der war hier. Ist aber schon tot. Flieg, mein Freund! Nö. Sie sind D-Disable, du kannst mich nicht töten. Ich weiß. Ich soll sogar fliegen. Sorry, ich muss um 40 Meter meiner Pflicht als Sanitäter nachgehen. Okay, zu spät. Rechts von der... Von dem Radar. Hab ich. Bin schon wieder tot. Oh shit. Pass auf, links! Da ist andere links, du selbst! Boah, ich hab gleich zwei gekriegt. Hallo! Höllol, ich hab dich eigentlich noch gekriegt, ich war wohl froh Nein, hast du anscheinend nicht. Ja, das war aber doch nicht verdammt. Shit, nigga. Ich hab ein Auto. Ich hab ihn noch. Ich werde wieder rein... Jetzt reinjoinen und wahrscheinlich wieder sterben. Nein. Siehst du? Ich hab ihn. Loll. Loll. Bleib doch mal stehen! Deswegen bleib ich eigentlich nicht stehen. Aber es hat auch nicht funktioniert zu fahren. Boah, ohne Scheiß. Ich werde immer gespawnrapt. Ach, ich weiß, ich weiß wo die sind. Nimm mal ein bisschen Medi-Key. Boah! Ohne Witz. Das. Okay, wo war der denn? Weiß ich nicht. Flo, du bist zu schlecht. Ohne Scheiß, ich lieg doch vor dir, was geht ab? Bei mir lagst du in mir. Ich war genau drauf. Warte, ich nehm mal eben Sniper. Muss mal gucken wo die Leute nicht kommen. Ich gebe jetzt mal auf von rum zu backen. Irgendwie mal ne vernünftige Hitbox an den Tag legen. Boah, dieser! Bisse. Boah, ist ja ich noch von hinten beschossen, ey. Kann hier gar nicht leiden. Komm nicht zu mir. Oh, komm nicht zu mir. Oh, und dann kommt doch noch ein Auto, ey. Ich kann es nicht sagen. Komm von überall. Es ist echt nicht schön. Warte, warte. Oh, und dieser Scheiß-Spawn-Alle. Ich möchte die Leute in den Arsch treten können. Der ganze Mensch. Spawn-Camp ist das letzte. Jetzt kriegen die was von mir dann schon ganz schön. Oh, wenn ich nicht... Ah, jetzt werd ich richtig gespawnt. Auf dem großen Berg. Auf dem großen Berg. Ähm, bei... Also, beim Hotelzeug. Ohne Witz! Woah! Wieso ist jetzt... Gaaah! Nö, ich spawne jetzt beim anderen Spawn-Pot und geh außen rum. Fickt euch. Äh... Ja, da hab ich einen. Und jetzt bin ich gestorben, weil ich zu weit runtergesprungen bin. Jawohl, und da hab ich auch noch den anderen. Die sind einfach nur zu schlecht, diese Leute. Ich könnte das einfach als Spawn-Rank. Zack, und da hab ich sogar noch den, der bei der Flagge rumgehüpft ist, ey. Sauber! Und da war noch The Rapture, ey. Alter. Und nochmal sorry, dass ich bei der letzten Folge nicht dabei war. Ich hoffe leider keine Zeit. Was? Nee, du bist einfach nur zu faul. Nein, ich hatte keine Zeit. Nein, du bist zu faul. Nein, zum Spielen bin ich immer zu faul. So hab ich die Schnauze. Au! Mist da. Wo ist er? Ist er? Das frage ich mich gerade auch. Also im Bauhaus sind auf jeden Fall wieder welche? Ja, ich bin auf dem Kommandoposten. Loll! Wo, wo ist The Rapture? Der hat eine 20er-Killzuschicht. Das kann doch nur ne... Das ist ein faschistischer Sniper, der sich irgendwo hingecampt hat. Aber ich fick den Bastard nicht. Der kann ja nur... Mal blieben. Hinten ist irgendwo einer. Ich wollte mich gerade von hinten geschossen. Bis auf. Da! Läuft einer. Den gar nicht mehr. Wo? Ja, der ist wahrscheinlich jetzt schon getötet worden. Ja, spotten! Spotten! Kuh war das, ne? Ja, Kuh und dann einmal, äh, Linksblick. Weil dann drückst du einfach in die Mitte und spottest du das, was du eigentlich gerade nicht hier hast. Nein, wieso muss ich gerade jetzt nachladen? Oh, Gottverdammt. Ich find den Bastard nicht. Oh, der ist da auf dem Kran. Ja, auf dem Kran ist niemand. Da! Da hab ich ihn gesehen. Ah, der ist wieder... Da ist wieder der andere. Das ist jetzt aber auch dort. Du glaubst, ich bin nicht dieses Spiel gerade auf. Da war er! Der... Der muss aus der Richtung kommen, okay? Okay, 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 okay. Ah, ich brauch ein Auto. Lol. Bohnewitz! Ja, hab ich gerade auch gedacht. Der hat mich gerade... Ich lag, äh, hinten auf dem Berg. Bei uns am, äh, Endkommando-Post. Ganz hinten, ne? War ich. Da hat er mich als Sniper weggesnackt. Dann war ich hier vorne. Und da hat er mich auch als Sniper weggesnackt. Wo ist der? Ja, grimmst du mal, du Bastard. Der ist. Der ist hier auf diesem... Ich glaub, der ist auf diesem komischen Fenster-Turm. Obendrauf. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Aber... Welcher Fenster... Welcher Fenster-Turm? Wo ich grad bin? Der hier. Da oben ist einer drauf. Geh mal auf... Siehst du's? Ja. Weißt du was denn Tum ich meine? Ja. Muss sein. Ohne Witz, das war Arthur. Bin einfach zu inkompetent gerade, tut mir leid. Wo ist der? Der nervt mich. Der weiß noch ganz genau, dass ich mich gerade aufrege über den. Das war ein anderer. Das war auch ein anderer. Das war auch ein anderer. Fuck. Ohne Spaß, ey. Oh, schade. Dann nix. Con ist wieder Bauhaus. Ja. Ich such aber grad The Rapture. Weil ich grad echt keinen Plan hab, wo der Bastard sein kann. Boah, ey. Meine Fresse, ne. Der Typ, der Arthur, muss sich aber auch grad mega aufreden. Weil ich den grad No-Scope gekillt hab. Und jetzt hab ich den schon wieder gekillt. Alter, wie der sich aufregt. Der war ein anderer. Der Arrow. Sascha. Der Typ. Boah, ganz im Ernst. Der The Rapture, der hat 91, 24. Der andere hat 109, ey. Ganz im Ernst. Der hat schon wieder beschossen. Da war er. Da war wieder The Rapture. Oh, jetzt hab ich auch noch den Kommandokosten da verloren. Das ist natürlich... Läuft alles ganz gut, auch wenn die am Gewinn sind. Wieso ist da lauter? Boah, Rapture! Ja, das hab ich grad auch gedacht. Der hat mich bestimmt jetzt schon sechs, sieben Mal hintereinander weggesnackt. Ciao wieder! Boah, hä? Wo ist der? Der kann doch nur... Der kann doch eigentlich nur die Karte sein. Ganz im Ernst. Der tötet mich an so unterschiedlichen Stellen. Das geht mal überhaupt nicht klar. Ja! Da wurde er getötet. Dann war er doch... Ist das der? Ja, dann war er doch da drauf. Och, und ich hab's gewusst. Und ich hab ihn da nicht runtergekriegt. Ey, so ne Scheiße! Ach... Das hätte mein Kill sein müssen. So, tut mir leid, Leuchte. Ich musste um die Tür aufbauen. Da bin ich wieder. Flo, man versteht dich gar nicht. Also, ich versteh dich nicht. Jetzt? Ja. Ich hab ein Auto. Und ich hab die Mine gesehen. Alter, war das knapp. Weil da sind sie schon wieder. Ich kann einfach auf dem Geschütz nicht aimen. Schrecklich. Lunge, hinten lehnt raus. Ich hab grad noch E gedrückt. Und das hat nichts gesagt. Ja. Hast du Bock auf einen kleinen Ausflug? Joa, warum nicht? Wenn ich fahren darf? Nein, ich fahr. Komm. Hierbei als Beifahrer. F1, ne? Ne, F1 bin ich. Es gibt keinen Beifahrer. Es gibt nur Geschütz unter denen. Nicht Geschütz. Halt mit Mali. Schon geschossen. Da, schieß dein Auto da oben ab. Das wird sich ja wohl treffen. Alter. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab... Du hast es nicht gesehen. Das war ein Auto. Ich hab in die andere Richtung geguckt. Jetzt seh ich's gerade. Da oben. Hä? Ich guck da unten. Ingi. What's up? What's up? Ist der immer noch da? Unauffällig bewegen. Ja klar, hörst du ihn nicht. Ha! Hast du ihn? Ja. Und ein gratis Auto. Genau. Ich überfahr dich. Schade. Zum Tower. Ups. Mal Kunst auf höchsten Niveau. Sag mal, wenn du so Traktor fährst, ne? Ja, der weiß, was bei mir in meinen LS-13 Elfris abgeht. Ja. Nein, das ist irgendwie viel langweiliger, aber... Wie kann man mal Action mit den Autos machen? Du musst laut Radar jetzt Tonnen von Gegner sein, also fahr jetzt einfach da rum. Ne, ho, 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 Tonnen von Gegner. Scheiße, ich bin Sniper. Fuck! Ha, Kettenwerfer. Okay, irgendein Kit geklaut. Ach. Aber ne. Ähm, warte, ich probier mal was. Also das war jetzt mal ein schönes Beispiel von einer Runde, wo die nicht ganz so gut ist. Noch ist sie nicht vorbei. Ja, aber gleich. Nein. Noch ist sie nicht vorbei. Ich hab den Schützen. Nee, hab den nicht. Aber, hab den nicht schon. Fuck. Ich hätte nur noch zwei Lebensball. Oh, Mann ey, dieses Spiel liegt mir einfach nicht. Ah, ich will mit Abstand drunter. Na gut, dann sag ich schon mal Tschüss Leute, weil es sind jetzt nur noch drei Tickets. Wir gucken aber noch mal eben aufs Scoreboard. Und dann... Na. Gebe ich das Wort jetzt mal... Dann gebe ich das Wort jetzt mal dem Winnie Lee, falls sie mir was sagen möchte. Weißt du nicht? Aaaaaaah! Sterb! Nein! Das ist sein... Wort des Tages. Sterb. Ja. Störb. Sterb ist falsch. Psch. Ich hab auch stirb gesagt. Nein, du hast sterb gesagt. Nein, ich hab stirb gesagt. Guck dir die Aufnahme an, ich sagte du hast sterb. Ich wollte aber stirb sagen. Er hast du aber nicht. Okay, dann tschau Leute. Tschüss! Tschüss.